Hallo bei den Spielzeugtestern. Wie ihr seht, haben wir hier die Tattoos ausgebreitet, die in der Nerdbox waren. Und das sind 50 Glitzer-Tattoos. Kann man das sehen, dass die ein bisschen glitzern? Ja, ich glaube, so ein bisschen kann man das erkennen. Welches Tattoo möchtest du jetzt haben? Das mit dem Klavier? Ja. Das mit dem Klavier hier oben möchte Hannah haben. Das heißt, man schneidet das jetzt aus. Dann schieben wir mal die anderen Tattoos zur Seite. Ja. Da unten möchtest du das haben? Okay, dann ziehen wir hier die kleine Folie einmal ab. Und legen das hier auf. Drück schon mal runter. Dann habe ich hier einen nassen Waschlappen. Den muss ich einmal ausbringen. Das ist mein Waschlappen. Das ist dein Waschlappen, richtig. Ja, den habe ich immer zum Glück. Das ist Hannas Waschlappen mit dem Schmetterling drauf. So. Und dann müssen wir bis 30 zählen. Eins, zwei, drei. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt richtig dran ist. Ja, für euch ist es jetzt auf dem Kopf. Aber wenn Hannah sich das anguckt, dann ist es richtig rum. Stimmt's? Ich möchte zwei Tattoos. Du möchtest noch eins? Ja. Auf dem anderen Arm eins? Ja. Warte mal. Ist das hier richtig dran? Aber den... Oh ja, das glitzert sogar. Ja, nämlich... Ähm... Guck mal, hier ist sogar eine kleine Kuh. So süß. Ähm... Ähm... Der. Den? Ja, einmal den und einmal den. So, Hannah möchte noch die Kitty mit dem Hut. Die schneide ich auch aus. Wo möchtest du die hinhaben? Ähm... Auf den anderen Arm? Auch hier. Schwinge. So, wie rum möchtest du die haben? Auch, dass du sie sehen kannst? Ja. Oder dass die Kinder sie sehen können? Ähm... Auch so. Auch so rum? Okay. Dahin? Ja. Gut, drück runter mal. Muss wieder nass machen. Ja. Und jetzt müssen wir wieder bis 30 zählen. Eins. So, und dann mach mal ganz vorsichtig ab. Langsam? Langsam? Ist ab? Ja. Ja, super. Die funktionieren richtig gut. Ja. Klasse. Sieht richtig gut aus. Ja, ich hab zwei. Ich hab das heute zwei. Ja, auf jedem Arm eins. Richtig cool. Die halten so. Ja, und die halten auch eine Weile. Ja, richtig lange. Ja, das stimmt. Bloß, wir waren gestern im Pool und dann ist er irgendwann abgegangen, ne? Da mussten wir den Rest auch abmachen. Und was meinst du, Hanna? Wollen wir an jemanden was verschenken? Ein, ein oder zwei Bögen? Den und den. Die beiden was denken. Ja? Ja. Also wer diese zwei Bögen gewinnen möchte, der schreibt uns einfach in die Kommentare, dass er gewinnen möchte und wie alt ihr seid. Und dann wünschen wir beide viel Glück. Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss.